Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Der Lebenssituation angepasste Behandlung und Betreuung. Den eigenen Weg mit individuellen Behandlungskonzepten finden. Zusammenspiel interprofessioneller Kompetenzen. Zeitgemäße Behandlung auf zehn Stationen unter einem Dach. Wertschätzung gegenüber Patientinnen und Patienten und Mitarbeitenden. Raum, Licht und warme Farben bieten Wohlbefinden. Respekt gegenüber der Privatsphäre. Komfort für die Genesung in Ruhe. Magnolia ist einzigartig in der Ausgestaltung. Raum und Licht für die Seele. Halt in der Orientierungslosigkeit bieten. Dasein in der Not. Verschiedene Perspektiven geben Hoffnung und bieten Chancen. Eine naturnahe Umgebung fördert das Wohlbefinden. Wir entwickeln uns mit unseren Patientinnen und Patienten weiter für medizinische, pflegerische und therapeutische Exzellenz. 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 Ausgestattung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020